Bob Marley begann seine musikalische Reise in den lebhaften Straßen von Trenchtown, Jamaica, mit nichts als großen Träumen und einer unerschütterlichen Leidenschaft für die Musik. Er war nicht nur ein Sänger, sondern auch ein Geschichtenerzähler, der Geschichten und Botschaften verbreitete, die unzählige Herzen berührten. Zusammen mit seiner Band The Whalers katapultierte Marley die Reggae-Musik auf die Weltbühne und machte die unverwechselbaren Klänge und Rhythmen Jamaikas einem globalen Publikum bekannt. Doch der Kampf gegen den Krebs, den Marley führte und schließlich verlor, warf einen Schatten der Trauer auf seine treuen Fans. Viele Fragen bleiben bestehen und verfolgen diejenigen, die ihn bewunderten. Warum hat sich Bob Marley im Frühstadium seiner Krankheit nicht behandeln lassen? Wie steht es heute, Jahre nach seinem Tod, um sein Vermächtnis? Jetzt, mit 51 Jahren, öffnet sich Bob Marleys Sohn endlich und enthüllt Wahrheiten, die viele von uns schon lange vermutet haben. Der Meister des wohlklingenden Aufruhrs. Jede Melodie, die Bob Marley sang, fühlte sich an wie ein Kapitel aus der Lebensgeschichte eines Menschen. Seine Musik ging weit über Ohrwürmer hinaus und vermittelte kraftvolle Botschaften über Frieden, Liebe, Freiheit und den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Alben wie Catch a Fire, Nettie Dread und Exodus waren nicht nur Hits, sondern auch Hymnen, die zu Veränderungen anregten und auf drängende soziale Probleme aufmerksam machten. Zeitlose Songs wie One Love, No Woman, No Cry und Redemption Song finden nach wie vor großen Anklang beim Publikum und überwinden kulturelle und geografische Grenzen. Marleys Musik sprengte Grenzen und es waren seine tiefen Überzeugungen, die seinen Liedern ihre tiefe, dauerhafte Bedeutung verliehen. Verwurzelt in seinem Rastafari-Glauben verkörperte Marleys Musik Botschaften von Einheit, Frieden und Widerstand gegen Unterdrückung. Der Rastafari-Glaube, der seinen Ursprung in Jamaika hat, betont eine tiefe Verbundenheit mit dem afrikanischen Erbe, die Heiligkeit der Natur und eine spirituelle Einstellung zum Leben. Marleys Lieder spiegeln diese Lehren oft wieder und dienen als Brücke zwischen seiner spirituellen Reise und den Zuhörern weltweit. Einflüsse wie Marcus Garvey, ein jamaikanischer politischer Führer und Verfechter des Panafrikanismus, waren in Marleys Werk offensichtlich. Garwys Lehren über afrikanische Einheit und Eigenständigkeit trafen den Nerv von Marley, der diese Themen in seine Musik einfließen ließ. Die Krönung von Heile Selassiea zum Kaiser von Äthiopien im Jahr 1930, die von vielen Rastafari als Erfüllung von Garwys Prophezeiung über den Aufstieg eines schwarzen Königs angesehen wurde, beeinflusste Marley zutiefst. Lieder wie »Wahr«, in dem eine Rede Selassies zitiert wird, unterstreichen Marleys Bewunderung für den äthiopischen Führer und seine Vision von weltweitem Frieden und Gleichheit. Marleys spirituelle Botschaften waren nicht passiv. Sie riefen zum Handeln auf und fanden in den sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt starken Widerhall. Aber wie hat er diese Überzeugungen in politischen Aktivismus umgesetzt? Bob Marleys Kampf für politischen Wandel in Jamaika 1978 kämpfte Bob Marley nach Jahren der politischen Gewalt in seiner Heimat für den Frieden. Für die Reggae-Ikone ging es nicht nur darum, das Morden zu beenden. Es ging darum, ein besseres Jamaika aufzubauen. Von 1974 bis 1980 herrschte in Jamaika politische Gewalt. Banden, die mit den beiden Parteien des Landes, der demokratisch-sozialistischen People's National Party und der konservativen Jamaika-Labor Party verbunden waren, lieferten sich einen paramilitärischen Konflikt in den Städten. Bei dem Tausende von Menschen getötet, verletzt und vertrieben wurden. Beeinflusst von der Rastafari-Botschaft der Einheit stimmten die Bandenführer 1978-Friedensgesprächen zu. Das Ergebnis dieses Prozesses war das One-Love-Peace-Concert in Kingston, bei dem rivalisierende Bandenmitglieder, Parteifunktionäre und die größten Namen des Reggae zusammenkamen, darunter Bob Marley, der zwei Jahre zuvor selbst erschossen worden war, wahrscheinlich von einem JLP-Schützen. Während seines Auftritts rief Marley die Parteiführer, Premierminister Michael Manley von der PNP und seinen Kontrahenten Edward Siaga von der JLP, auf die Bühne und reichte ihnen zum Zeichen der Einigkeit die Hände. Die Bilder dieses Moments haben heute Kultcharakter, auch weil sie Bob Marley so zeigen, wie ihn sich die globale Mainstream-Kultur vorstellt. Als Friedensstifter, der alle Konflikte überwindet, auch die politischen. Bob Marleys Musik war immer mehr als nur Unterhaltung. Sie war auch ein Aufruf zu sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechten. Seine Lieder dienten als mächtige Werkzeuge in sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt und inspirierten die Menschen, für ihre Rechte einzutreten und sich für Veränderungen zusammenzuschließen. Wie in Drink Chomps. Folge 398 hervorgehoben wird, geht Marleys Einfluss weit über den Bereich der Musik hinaus. Viele von uns hatten das Gefühl, dass Bob Marley unser Vater war, sagt Knorr in der Folge und verdeutlicht damit die tiefe persönliche Verbindung, die viele mit Marleys Musik und ihren Botschaften haben. Dieses Gefühl unterstreicht die Wirkung von Marleys Werk, denn seine Lieder gaben denjenigen, die gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit kämpften, Trost, Kraft und ein Gefühl der Gemeinschaft. Marleys Hymne, Get Up, Stand Up zum Beispiel, wurde von verschiedenen Menschenrechtskampagnen aufgegriffen, die seine Aufforderung an die Menschen, für ihre Rechte zu kämpfen, aufgriffen. Seine Musik spielte eine wichtige Rolle in der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, wo Lieder wie VAR und Afrika Unite Aktivisten inspirierten und dem Kampf für Freiheit und Gleichheit internationale Aufmerksamkeit verschafften. Die globale Reichweite von Marleys Botschaft der Einheit und des Widerstands ist ein Beweis für sein bleibendes Vermächtnis in den sozialen Bewegungen. Aber all das war nur von kurzer Dauer. Was geschah mit Marley? Von gutartig zu bösartig. Im Juli 1977 wurde bei ihm eine Art bösartiges Melanom unter dem Nagel seines rechten großen Zehs diagnostiziert. Entgegen der städtischen Legende wurde diese Läsion nicht in erster Linie durch eine Verletzung während eines Fußballspiels in jenem Jahr verursacht, sondern war vielmehr ein Symptom einer bereits bestehenden Krebserkrankung. Im Gegensatz zu anderen Melanomen, die in der Regel auf der Haut auftreten, die der Sonne ausgesetzt ist, tritt das akrale, lentiginöse Melanom an Stellen auf, die leicht zu übersehen sind, wie Zandbe an den Fußsohlen oder unter den Zehennägeln. Obwohl es sich um das häufigste Melanom bei Menschen mit dunkler Haut handelt, wird es kaum erkannt und war damals in Afrika kaum bekannt. Den Rat seines Arztes, den Zeh amputieren zu lassen, was seine Karriere als Schauspieler behindert hätte, lehnte er mit Verweis auf seine religiösen Überzeugungen ab. Stattdessen wurden der Nagel und das Nagelbett entfernt und ein Hauttransplantat von seinem Oberschenkel entnommen, um den Bereich zu bedecken. Trotz seiner Krankheit setzte er seine Tournee fort und war dabei, eine Welttournee für 1980 zu planen. Das Album Uprising wurde im Mai 1980 veröffentlicht. Die Band absolvierte eine große Europa-Tournee, auf der sie ihr größtes Konzert vor 100.000 Menschen im San Siro-Stadion in Mailand, Italien, spielte. Nach der Tournee reiste Mali in die Vereinigten Staaten, wo er im Rahmen der Uprising-Tournee zwei Konzerte im Madison Square Garden in New York City gab. Beim Joggen im Central Park brach er zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man feststellte, dass sein Krebs auf Gehirn, Lunge und Leber übergegriffen hatte. Sein letztes Konzert fand zwei Tage später, am 23. September 1980 im Stanley Theater in Pittsburgh, Pennsylvania, statt. Die einzigen bekannten Fotos von diesem Konzert wurden 2012 in Kevin MacDonalds Dokumentarfilm Marley aufgenommen. Kurz darauf verschlechterte sich Bobs Gesundheitszustand, da sich der Krebs in seinem Körper ausbreitete. Die restliche Tournee wurde abgesagt und Bob begab sich in die Klinik von Josef Isels in Rottigäggern, Bayern, Deutschland, wo er sich einer alternativen Krebsbehandlung, der sogenannten Iselsbehandlung, unterzog, die zum Teil auf dem Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, Getränke und andere Substanzen beruht. Nachdem sein fortschreitender Krebs acht Monate lang nicht wirksam behandelt werden konnte, bestieg Marley ein Flugzeug in seine Heimat Jamaika. Während des Fluges verschlechterten sich Marleys Vitalfunktionen. Nach der Landung in Miami, Florida, wurde er zur sofortigen ärztlichen Behandlung in Cedars of Lebanon Hospital gebracht, wo er am 11. Mai 1981 im Alter von 36 Jahren an der Ausbreitung des Melanoms in Lunge und Gehirn starb. Am 21. Mai 1981 nahmen Jamaika und die ganze Welt mit einem Staatsbegräbnis Abschied von der Legende. Die Welt trauerte nicht nur um sein musikalisches Genie, sondern er gilt auch als ein globales Symbol für Musik, Kultur und Identität. Marley wurde am 6. Februar 1945 auf der Farm seines Großvaters mütterlicherseits in Nine Mile geboren, der einfach zu früh gestorben war. Der Schmerz über den Verlust dieser Legende ging um die ganze Welt. Bobs Familie bedeutete ihm sehr viel und sein Vermächtnis wird von seinen Kindern und seiner Frau weitergeführt, die dafür gesorgt haben, dass das gute Werk ihres Vaters weitergeführt wird. Bob Marley hätte nicht an einem Melanom sterben sollen. Als ein dunkler Fleck unter seinem Zehennagel auftauchte, führte Marley ihn auf eine Fußballverletzung zurück. Schließlich wurde bei ihm eine seltene aggressive Form von Hautkrebs diagnostiziert, das sogenannte akrale lentiginöse Melanom, AM. AM kommt von akral, einem anatomischen Begriff für die periferen Teile des Körpers und lentiginös für das sommersprossige Aussehen. Wenn Marleys Krebs frühzeitig behandelt worden wäre, hätte er möglicherweise geheilt werden können. Er lehnte jedoch die empfohlene Behandlung, die chirurgische Entfernung seines Zehs, ab. Anstatt den Zeh zu amputieren, entschied er sich für eine Exzisionsoperation, bei der das Nagelbett und das Krebsgewebe entfernt wurden. Schließlich breitete sich das Melanom auf andere Bereiche seines Körpers aus, einschließlich Gehirn, Leber und Lunge, und beendete tragischerweise sein Leben. Wie führen Bob Marleys Kinder sein Erbe fort? Die Marleys, eine Familie des Reggae. Bob Marley führte den Reggae zu seinen höchsten Höhen und war einer der größten Künstler, die die Welt je gesehen hat. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere sang er für die Unterdrückten und Geknechteten und wurde zu einer mächtigen Inspiration für alle, die glaubten, dass Musik die Welt verändern kann. Auch heute noch ermutigen die Botschaft und die Musik von Bob Marley Menschen auf der ganzen Welt. Die Geschichte der Marleys ist damit aber noch nicht zu Ende. Inspiriert von ihrem Vater setzen die Söhne und Töchter von Bob Marley sein Werk auf ihre eigene Art und Weise fort. Marley hatte elf anerkannte Kinder von sieben verschiedenen Müttern, die von Musikern und Sportlern bis hin zu Schriftstellern, Geschäftsleuten und Modedesignern reichten und alle eine ganz eigene Sichtweise und Beziehung zu ihrem berühmten Vater hatten. Vor der Veröffentlichung des Biopics Bob Marley One Love im Februar 2024, das Ziggy als Executive Producer produzierte, schrieb er einen emotionalen Brief an seinen verstorbenen Vater für die Öffentlichkeit. In dem Brief drückte Ziggy aus, wie er seinen Vater durch sein Lächeln und sein Lachen, das dem von Bob ähnelt, ehrt. Er erwähnte auch, wie seine Kinder, insgesamt sieben an der Zahl, Teile des Geistes ihres Großvaters in sich tragen. Ziggy merkte an, dass die Enkelkinder Bobs Erbe durch ihre Eltern erfahren, was die dauerhafte Verbindung zu ihrem Großvater unterstreicht. Das erste Anzeichen dafür, dass die Musik im Leben der Mali-Kinder eine wichtige Rolle spielen würde, waren die Melody Makers, eine Gruppe, der die junge Sharon, Sadella, Ziggy und Steven Mali angehörten. Später, nachdem Ziggy und Steven Mali ihre Solokarrieren begonnen hatten, widmeten sich auch andere Mali-Sprösslinge der Musik und anderen Unternehmungen, um die Mali-Botschaft von Gerechtigkeit und Freiheit weiter zu verbreiten. Die Söhne Damian, Julian und Kimani Mali haben sich im Reggae und Hip-Hop einen Namen gemacht. Sadella Mali wurde Geschäftsführerin des Nachlasses ihres Vaters und veröffentlichte zahlreiche Kinderbücher. Sharon setzt sich weiterhin für die von ihrem Vater vertretenen Prinzipien ein. Rohan teilte mit People eine angemessene Antwort auf das Erbe seines Vaters. Wir haben uns entschieden, auf unseren Vater zu hören. Er ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber er ist der Anfang, sagte er im Oktober 2023. Dein Vater ist nicht perfekt, vor allem nicht der Mann, der diese Erde mit 36 Jahren verlassen hat, aber er hat uns eine Lebensweise vermittelt. Er erinnerte sich daran, dass er einige Tage vor dem Tod des Sängers, der an einem maligen Melanom erkrankt war, im Krankenhauszimmer auf der Intensivstation seines Vaters lag, Hey, also junger Bob, ich habe einen Song für dich. Und er sagte diese Worte auf deinem Weg nach oben, nimm mich mit auf deinem Weg nach unten, lasst mich nicht im Stich. Und das tat er. Und er hat es nicht allein getan. Sharon Marley. Bob adoptierte Ritas Tochter, Sharon Marley, die am 23. November 1964 geboren wurde, nachdem das Paar 1966 geheiratet hatte. Sharon begann mit 12 Jahren Musik zu machen und gründete 1979 mit drei ihrer Geschwister die Band Ziggy Marley and the Melody Makers. Die Band tourte um die Welt, veröffentlichte Ten Alben und gewann mehrere Grammys. Sharon arbeitete auch für das Plattenlabel ihres Bruders, Ghetto Youth United. Ihre Leidenschaften gehen über die Musik hinaus und erstrecken sich auch auf die Pflege und Bildung. Sharon gründete das Total Care Learning Center und ist eine Verfechterin der Montessori-Pädagogik. Sie kümmert sich auch um ihre vier Kinder, Donisha, Inglemar, Matthew und Peter Shane. Sadella Marley wurde als Tochter von Bob und Rita am 23. August 1967 in Kingston, Jamaica geboren. Sie war Mitglied der Melody Makers und erweiterte schließlich ihren Horizont auf andere Kunstformen, indem sie in Filmen wie The Mighty Quinn 1989 an der Seite von Denzel Washington und Joey Breaker 1993 auftrat. Nach dem Ende der Melody Makers im Jahr 2002 wurde Sadella CEO von Bobs Plattenlabel Tough Gong International und begann, sich auf Modedesign zu konzentrieren. Neben ihren eigenen Bekleidungslinien entwarf Sadella in Zusammenarbeit mit Puma die jamaikanischen Leichtathletik-Uniformen für die Olympischen Spiele 2012, unter anderem für den hochdekorierten Sprinter Usain Bolt sowie olympisch inspirierte Looks für die Fans. Ich habe Usain gesagt, dass es das erste Mal ist, dass mein Vater zu den Olympischen Spielen geht, erinnert sich Sadella in einem Video auf dem Bob Marley YouTube-Kanal und dass du ihn auf deiner Schulter tragen wirst. Das war nicht das letzte Mal, dass Sadella in großem Stil mit Sportlern zusammengearbeitet hat. Im Jahr 2014 spendete Sadella über die Bob Marley Foundation an die jamaikanische Frauenfußballmannschaft, die Reggae Girls, und bewahrte das Team so vor der völligen Selbstauflösung. Nach einem schwierigen Start löste sich das Team wieder auf, aber Sadella ließ es 2016 wieder auferstehen. Drei Jahre später qualifizierten sich die Reggae Girls als erste Frauenfußballmannschaft aus der Karibik für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Die Mädchen haben sich entschieden zu spielen und wir sollten ihnen gleiche Bedingungen bieten, damit sie rausgehen und den Ball kicken können, sagte Sadella 2019 gegenüber ESPN. Fußball ist Freiheit, das ist ein Zitat von Bob Marley. Zadellas Geschäftssinn und ihre Liebe zum Design hat sie mit ihrem verstorbenen Vater gemeinsam. Er gründete sein eigenes Plattenlabel. Er gehörte damals zu den wenigen Jamaikanern, die ihre eigenen Presswerke besaßen. Er hat nicht nur seine eigenen Platten gepresst, sondern auch die anderer jamaikanischer Künstler, sagte sie 2014 dem Rolling Stone. Er war der Erste, der ein Bob Marley T-Shirt entwarf und trug. Er war sehr klug. Er glaubte daran, alles zu besitzen, was ihm bei dem, was er tat, zum Erfolg verhelfen konnte. Sadella heiratete 1993 David Minto. Das Paar hat zwei Söhne, Skip und Soul Rebel, David Nestor, Ziggy Marley. Der vielleicht bekannteste Marley nach Bob David Nestor, Ziggy Marley, wurde als Sohn von Bob und Rita am 17. Oktober 1968 in Kingston geboren. Ziggy Marley begann schon in jungen Jahren mit der Musik und nahm bereits im Alter von 10 Jahren an den Aufnahmesessions von Bob Marley and the Whalers teil. Zusammen mit seinen Geschwistern Sharon, Sadella und Stephen gründete er 1979 die Gruppe Ziggy Marley and the Melody Makers, die im selben Jahr den Titel Children Playing in the Streets veröffentlichte. Bob schrieb den Song vor seinem Tod für die Gruppe und sie spendeten alle Tantimen des Titels an die Vereinten Nationen während des Internationalen Jahres des Kindes. Mein Vater war derjenige, der uns zur Musik gebracht hat. Er hat das erste Lied geschrieben, das die Melody Makers je gesungen haben. Er war derjenige, der ihn im Studio aufnahm und die Gitarren auf den Track legte und das erste Konzert, das wir als Gruppe gaben, war ein Konzert, bei dem mein Vater dabei war. Ziggy sagte dem Rolling Stone, eine Vater-Sohn-Beziehung ist sehr tiefgründig und auch eine spirituelle Sache. Wir teilen eine gewisse spirituelle Grundlage. Mein Vater, ich selbst, meine Brüder und meine Schwestern. Dieses Wort bedeutet also genau das, was ich tun soll. Ich tue es, fügte er hinzu. Mit der Inspiration ihres Vaters starteten die Melody Makers 1984, drei Jahre nach Bobs Tod, ernsthaft durch und traten in ganz Jamaika auf. Ihr zweites Album, Play the Game Right, erschien 1985 und die Gruppe veröffentlichte weiterhin Musik und erhielt drei Grammy Awards bei acht Nominierungen, bevor sie sich 2002 auflöste. Ziggy machte weiter Musik, veröffentlichte 2003 sein erstes Soloalbum Dragonfly und gewann 2006 seinen vierten Grammy für sein Soloalbum Love is my Religion. Im Jahr 2010 gewann Ziggy einen Grammy für das beste Musikalbum für Kinder für Family Time, auf dem einige seiner Geschwister sowie seine Mutter Rita, Jack Johnson, Willie Nelson und Paul Simon zu hören sind. Insgesamt hat Ziggy BI 15 Nominierungen acht Grammys gewonnen. Ziggy lebt in Los Angeles mit seiner Frau Orly Agai, mit der er eine Tochter, Judah Victoria und drei Söhne, Gideon, Abraham Selassie und Isaiah Sion hat. Ziggy hat außerdem drei Kinder, Bambata, Justice und Zuri aus früheren Beziehungen. Robert Robbie Marley wurde am 16, Mai 1972 als Sohn von Bob und Pat Williams geboren. Er hat sich bisher zurückgehalten, aber 2012 sprach er mit Collider über seinen Vater und beschrieb ihn als ruhig, geduldig und streng und fügte hinzu, dass Bob ein Lehrer und ein Vater war. Nicht nur für uns, sondern für alle. Robbie sagte auch, dass es ein Segen sei, Bobs Sohn zu sein. Es bringt Vorteile. Darin liegt nichts Negatives, sagte er. Im selben Jahr verriet Robbie, dass sein Lieblingssong von seinem Vater der Redemption Song sei. Rohan Anthony Marley Rohan Anthony Marley wurde am 19, Mai 1972 in Kingston als Sohn von Bob und Janet Hunt geboren. Er spielte an der Universität von Miami College Football an der Seite von Dwayne Johnson und Ray Lewis und war später Profispieler in der Canadian Football League für die Ottawa Rough Riders. Im Jahr 2009 gründete er das Bio-Caffee-Unternehmen Marley Coffee und zwei Jahre später brachte er die Kopfhörer- und Audiogerätelinie House of Marley auf den Markt. Rohan war zweimal verheiratet, zuerst mit Geraldine Corley, mit der er den Sohn Nicholas Nico Marley, einen ehemaligen NFL-Linebacker, und die Tochter Eden hat. Von 1996 bis 2009 war er außerdem mit Lauren Hill liiert, mit der er fünf Kinder hat, darunter Zion David. 2019 heiratete Rohan das Model Barbara Fialho, mit der er eine Tochter hat. 2014 erzählte Rohan dem Rolling Stone, dass sein Vater ihm den Wunsch eingeflößt hat, die Welt für diejenigen, die nach ihm kommen, besser zu machen. Nachdem er 2023 die Cannabis-Marke Lion Order auf den Markt gebracht hatte, sprach Rohan über das Etikett des Nepo-Babys, das ihm einige aufdrücken wollten. So funktioniert das nicht, sagte Rohan. Stephen Robert Nestor Marley Stephen Robert Nestor Marley wurde als Sohn von Bob und Rita am 20. April 1972 in Wilmington, Delaware geboren. Er wuchs in Kingston auf. Gemeinsam mit seinen Geschwistern gründete er die Band Ziggy Marley and the Melody Makers. Der siebenjährige Stephen war der wichtigste Instrumentalist der Gruppe, sang B.I. einer Handvoll Tracks und fügte dem Sound Dancehall Elemente hinzu. 1999 produzierte Stephen Chantown Babylon ein Remix und Coveralbum mit Stücken seines Vaters, das den Hit Turn Your Lights Down Low von Lauren Hill hervorbrachte. Im Jahr 2022 setzte er seine Produktionsfähigkeiten erneut für das Tributealbum Celebrating Nina ein, eine Reggae-Hommage an Nina Simone, an der seine Schwester Sadella und mehrere andere Künstler mitwirkten. Wie sein Bruder Ziggy hat auch Stephen viele Preise gewonnen, darunter acht Grammys bei 11-Nominierungen. Stephen ist auch Vater und hat im Laufe seines Lebens mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen bekommen. Im Dezember 2022 starb Stephen's 31, jähriger Sohn Joseph Joe Mercer Marley, der ebenfalls Musiker war. Noch im selben Jahr äußerte sich Stephen Merley zu den bleibenden Auswirkungen von Bobs Vermächtnis. Die Musik meines Vaters war sein größtes Geschenk als Künstler. Sie hat schon immer und wird auch in Zukunft viele Menschen aus aller Welt und aus allen Lebensbereichen zusammenbringen. Die Musik und seine Worte sind für die Zeit, in der wir leben, relevant geblieben, sagte Stephen. Er hat zeitlose Musik gemacht und einen Lebensstil vertreten, der die Menschen dazu inspiriert hat, besser, stärker und bewusster zu sein. Bobs Sohn fügte hinzu. Mein Vater war ein Superheldenvater. In der einen Minute konnte er sanftmütig sein und in der nächsten Minute war er unterwegs, um die Welt zu retten. Ich versuche, ihn jeden Tag zu ehren. Karen Marley ist die Tochter von Bob und Janet Bowen. Sie wurde 1973 in London geboren und wuchs zunächst bei ihren Urgroßeltern in Jamaica auf, dann bei Rita, die sie als eine ihrer mütterlichen Figuren bezeichnet. Karen ist eine Modedesignerin, die sich bisher zurückgehalten hat. Dem Rolling Stone erklärte sie 2014, Manchmal, wenn ich über meinen Vater spreche, ist das für mich ein bisschen heikel. Ich wollte einfach leben, ohne dass jemand sagt, oh, da ist Karen Marley. Ich muss meinen Namen veröffentlichen, weil ich ein Geschäft eröffnet habe. Ich bin keine Musikerin. Ich mag es ein bisschen unter dem Radar zu sein. Sie startete ihre umweltfreundliche Marke bei Karen Marley am Internationalen Frauentag im März 2022. Gegenüber Shondaland.com sagte sie, dass sie sich von ihrer Familie und ihrer Herkunft inspiriert fühlt. Mein Vater hat sich sehr um unseren Planeten, die Menschen und alles, was dazugehört, gekümmert, so Karen. Sein Sinn für Stil war entspannt und lässig und im Grunde genommen der Ursprung meines einfachen bewussten Stils. Julian Riccardo Marley wurde am Vor. Juni 1975 als Sohn von Bob und Lucy Pounder in London geboren und wuchs zwischen Jamaika und dem Vereinigten Königreich auf. Als weitgehend autodidaktischer Musiker an Instrumenten wie Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug hat Julian Riccardo Marley einen Großteil seines Erfolges seiner teilweise britischen Erziehung zu verdanken. Ich fühle mich privilegiert, Teil der musikalischen Wurzeln zu sein, die mein Vater in England gelegt hat, sagte er gegenüber 247 Magazins im Vorfeld seiner Großbritannien Tournee 2010. Ich freue mich darauf, die kulturellen Gaben und musikalischen Kreationen, die er mir mitgegeben hat, weiterzugeben. Julian hat mehrere Alben veröffentlicht, angefangen mit seinem Debüt im Jahr 1996. Obwohl er auch in der Musikbranche arbeitet, fühlt er sich nicht unter Druck gesetzt, dem Ruhm seines Vaters gerecht zu werden. Damien Robert Nestor Marley Damien Robert Nestor Junior Gong Marley wurde am 21, Juli 1978, als Sohn von Bob und der Jazzsängerin Cindy Brakespear geboren. Sein Spitzname ist eine Abwandlung von Bobs Spitznamen Tough Gong. Damien begann mit der Musik, als er gerade 13 Jahre alt war, in einer Band namens The Shepherds, die sich jedoch innerhalb der nächsten Jahre auflöste. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum Mr. Marley auf dem Tough Gong Label seiner Familie, das von seinem Bruder Stephen mitproduziert wurde. Das zweite Album des Musikers, das Stephen ebenfalls mitproduzierte, Halfway Tree, wurde 2001 veröffentlicht und gewann 2002 den Grammy für das beste Reggae-Album im selben Jahr, in dem Kimani für Many More Roads nominiert war. Damien schrieb bei den Grammys 2006 Geschichte, als er der erste Reggae-Künstler wurde, der zwei Grammys bei der gleichen Zeremonie gewann. Er gewann den Preis für das beste Reggae-Album für Welcome to Jam Rock und den Preis für die beste Urban Alternative Performance für den Titelsong des Albums. Er war auch der erste Reggae-Künstler, der den letztgenannten Preis gewann. Der Sänger hat auch an mehreren hochkarätigen Musikprojekten für andere Künstler mitgearbeitet, darunter Cruise Control von Mariah Carey, Bam von JZ, Liquor Store Blues von Bruno Mars und Now That You Got It von Gwen Stefani. Im Jahr 2010 veröffentlichte er das Album Distant Relatives mit Nass. Sein viertes Solo-Album Stoney Hill erschien im August 2016 und wurde B.I. den Grammys 2017 als bestes Reggae-Album ausgezeichnet. Die Arbeit der Bob Marleys Foundation Das Museum ehrt Bob Marleys Leben und Vermächtnis weiterhin durch die Bob Marley Foundation, die soziale Interventionsprojekte durchführt. Diese Projekte zielen darauf ab, die spirituellen, kulturellen, sozialen und musikalischen Ideale zu bewahren, von denen sich Bob Marley sein Leben lang leiten und inspirieren ließ. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung mehrere Projekte erfolgreich durchgeführt, die darauf abzielen, das Leben zu verändern. Bis heute wurden im Rahmen des Programms Marley for Education Stipendien für Schulbücher, Schulgebühren und Schuluniformen an etwa 2.000 Schüler im Alter von 3 bis 17 Jahren aus benachteiligten innerstädtischen Gemeinden wie Seaview Gardens, Trenchtown und Tivoli Gardens vergeben. Bob Marleys Vermächtnis in der modernen Musik und Kultur Marleys Themen Liebe, Einigkeit und soziale Gerechtigkeit sind heute noch genauso aktuell wie zu seinen Lebzeiten. Seine Fähigkeit, Menschen auf einer zutiefst persönlichen Ebene anzusprechen, hat seine Musik zeitlos gemacht und lässt sie über Alter, Rasse und Geografie hinweg bestehen. Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Rock, Pop und darüber hinaus nennen Marley als einen wichtigen Einfluss und berufen sich auf sein Engagement. Musik als Kraft für den Wandel einzusetzen. Marleys Vermächtnis zeigt sich auch darin, wie Musik heute als Instrument für sozialen Aktivismus eingesetzt wird. Viele Künstler treten in seine Fußstapfen und nutzen ihre Plattformen, um soziale Themen anzusprechen und sich für Veränderungen einzusetzen. Marleys Einfluss zeigt sich auch in der weltweiten Verbreitung des Reggae und seiner Einbindung in verschiedene Musikstile, was die Anpassungsfähigkeit und anhaltende Anziehungskraft des Genres unter Beweis stellt. Über die Musik hinaus ist Marleys Einfluss auch in der Mode, im Film und in der Literatur sichtbar, wo sein ikonisches Image und seine Philosophien weiterhin inspirierend wirken. Der neue Film Bob Marley One Love bietet eine neue Perspektive auf Marleys Leben und sein Vermächtnis, während wir über seinen nachhaltigen Einfluss nachdenken. Bob Marley One Love Der Film Der neue Film Bob Marley One Love bietet einen tiefen Einblick in das Leben, die Musik und das Vermächtnis von Bob Marley. Der von Kingsley Ben-Adir dargestellte Film lädt alte und neue Fans dazu ein, den Menschen hinter der weltweiten Ikone zu entdecken. Er fängt die Essenz von Marleys Einfluss auf Musik, Kultur und soziale Bewegungen ein und bietet eine umfassende Darstellung seines Weges von einem jungen Musiker in Jamaika zu einem internationalen Superstar. One Love ist nicht nur eine Biografie, sondern auch eine Erkundung von Marleys Philosophie. Es wird gezeigt, wie seine Rastafari-Glaubenssätze, sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und seine Botschaften von Liebe und Einheit seine Musik und die Welt beeinflusst haben. Der Film beleuchtet Schlüsselmomente in Marleys Leben, einschließlich seiner musikalischen Leistungen, seiner Rolle als sozialer Aktivist und seines nachhaltigen Einflusses auf verschiedene globale Bewegungen. Durch Interviews, Archivmaterial und nachgestellte Szenen bietet der Film dem Zuschauer einen intimen Einblick in Marleys persönliches und berufliches Leben. Er beleuchtet die Herausforderungen, denen er sich stellte, die Triumphe, die er feierte und das Vermächtnis, das er hinterließ. Der Film zeigt auch, wie Marleys Botschaft in der heutigen Welt weiterwirkt und neue Generationen inspiriert, seine Vision von Frieden, Einheit und Liebe weiterzutragen. Bob Marleys Weg von den Straßen von Trenchtown zu einer weltweiten Ikone ist ein Zeugnis für sein bleibendes Vermächtnis. Seine Musik, die tief im Rastafari-Glauben verwurzelt ist und von Persönlichkeiten wie Markus Garvey und Heile Selassie beeinflusst wurde, inspiriert weiterhin soziale Bewegungen und Künstler auf der ganzen Welt mit Bob Marley One Love seine Geschichte einem neuen Publikum nahebringt, bleibt Marleys Botschaft heute so aktuell wie eh und je und beweist die Zeitlosigkeit seines Werks. Wie denken Sie über seine Reise? Bitte kommentieren Sie unter diesem Video und lassen Sie es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergewissern Sie sich, dass Sie unseren Kanal abonniert haben und sehen Sie sich ein weiteres unserer faszinierenden Videos an, bevor Sie gehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020